Wer sind die erfolgreichsten Makler in Österreich im Jahr 2020? Das Immobilienmagazin hat diese Frage in der Mai-Ausgabe wieder beantwortet. Wie in den vergangenen Jahren ist DREMAX nicht nur das mit Abstand erfolgreichste Immobilien-Franchise-System, sondern auch die ganz klare Nummer 1 in Österreich. Darauf sind wir natürlich sehr stolz. Vielen Dank an dieser Stelle an die über 10.000 Kunden, die DREMAX im Jahr 2020 bei ihrer Immobilientransaktion erfolgreich begleiten durfte. Und vielen Dank an die DREMAX-Kolleginnen und Kollegen an den 110 Bürostandorten, die tagtäglich ein tolles Kundenerlebnis liefern. Wir würden uns sehr freuen, auch Sie bald zu unseren Kunden zählen zu dürfen. Reden Sie zuerst mit uns, Sie werden begeistert sein. Sollten Sie überlegen, Ihre Immobilie zu verkaufen, dann nutzen Sie unser aktuelles Angebot der kostenlosen Marktwerteinschätzung. Nähere Informationen dazu finden Sie auf remax.at.